alle stehen sie da nur steffi nicht die steht da steffi wurdest du gemobbt was gilt bei uns was sind die 5g gefunden gesehen geliked gefolgt geteilt und macht das jetzt bevor ihr alles weg kauft sowie klopapier und nudeln er vergesst nicht heißes wasser einzufrieren falls der strom abgestellt wird für weitere tipps folgt uns aber bist du mit mama zusammen ja wieso bist du mit ihr zusammen siehst du noch nicht mal der sohn versteht das hinter den einkauf jetzt endlich mal hoch das dauert also sagt man könnte nicht mal schneller tragen das dauert seid ihr nicht die berühmten tiktoker chrissy daniel und weibs krieg ich ein autogramm danke papa kann ich das video jetzt ausmachen so wie es aussieht so wie es aussieht habe ich gesagt vielleicht sollte es mal abnehmen ein spielerabend ein spielerabend mit gangbeast chrissy schläft die anderen weibs ist dabei und die die anderen nehmen das tod ernst außer ich Louis trinkt wieder mal wieder mal kein bier wieder malz nicht dass wir gesperrt werden karamalz hier karamalz ey jetzt reicht mir karamalz ey was hast denn du sag mal schläfst du schon krokodile bleib jetzt in dein Bett krokodile bleibe in deutschland verschwinden jährlich 100.000 menschen und mehr spurlos spurlos du nicht auch mein mann ne ständig elf jahre warst du nüchtern und dann bist du zwölf geworden steffi trau dich doch komm du musst keine angst haben trau dich trau dich trau dich Kinder es gibt essen warum kommt ihr so spitz im essen wo ist nun was steht hier wir gucken uns mal rein da bin ich guck mal da kann ich auch nichts mehr sagen wieso redet ihr nicht mehr seid ihr spaßlos und los seid ihr noch da so ruhig hier wo ist denn los also wie gesagt der termin wurde vorher verschoben genau kam was wichtiges dazwischen jetzt sprachlos das gibt es ja noch nicht ganz schön ist du mit hier ja ja der weibs ist das ganze wochenende da das ganze wochenende bis Sonntag krass 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 gefällt es euch wie geht weibs denn auch mit rein ein lieblingsfan von mir ein lieblingsfan von mir die stehen noch wofer noch ja ja schatz das glaubst du nicht heute kam meine chefin und fragte mich warum es hier nach bier riecht bei der arbeit ich habe ja mal erzählt bei dem gehalt wird es wohl kein champagner sein